Hallo Leute und willkommen zum 11. Part von Let's Play Minecraft. Ja, wir sind hier gerade auf Weltreise. Jeder hat ein Notbett dabei. Philipp, nein, hier, hier, komm zu mir. Hier. Und ja, jetzt gehen wir in den Sumpf. Wir sind ganz mutig, aber wir haben ja ein Diamantschirt dabei. Ja, ich auch, aber ich will es nicht benutzen. Ja, und jetzt, wir wollen hier auf Weltreise gehen. Oh, wie sieht sie so schön aus. Nein. Wie soll es das hier sein? Ja. Ja, und wir wollen jetzt auf jeden Fall eine Weltreise machen. Und Philipp, hier geht's. Philipp, du siehst mich hüpfen. Ja, hier geht's nicht weiter. Hier ist ja der Weltrand. Ich hab nie gewusst, dass wir direkt am Weltrand liegen. Aber ja, wir können uns zum Glück immer wieder schlafen legen, wann wir Lust haben. Weil wir ein Notbett dabei haben. Ja, und jetzt erkunden wir hier gerade den Wald. Ich hab da gerade das gesehen. Und Philipp hat eine Pilzsuppe dabei. Wo hast du die her? Ja, das war letztes Mal. Ich hab auch Schüsseln dabei. Ja, jetzt erkunden wir hier so einen Fichtenwald. Ey Bruno, kann man mit Schüsseln noch Wasser aufheben? Ich glaube... Nein. Normale. Ach, los Philipp, fall dir auf den Baum. Wir brauchen Holz für unsere Weltreise. Ich hab ja noch ein bisschen Holz. Oh, es wird Nacht, also... Wir spielen ja oft schwierig, deswegen sollten wir lieber immer rechtzeitig ins Bett gehen. Mein Wolf ist da gerade ins Wasser gefallen. Ey, komm, wir schlafen mal auf dem Baum. Nein, lass uns einfach hier im Bett platzieren, Philipp. Ja, wo bist du? Ja, ist doch egal, da. Los, platzier's. Das sieht zu komisch aus. Warte, wir machen jetzt die ganze Zeit so. Wir dürfen nicht zu spät schlafen gehen, sonst sind hier Monster und wir sind hier gerade in den Wald. Philipp, wir klicken beide auf das gleiche Bett. Nein. Du hast auf mein Bett geklickt. Ja. Ey, geh mit Schwert in der Hand schlafen. Sicherer. Ja. Oh Gott. Ja, jetzt schlafen. Oh, ganz schnell schlafen, nicht, dass dann... So. Ja, wir sind jetzt wieder wach. Und ja, auf der... Auf der Wiese ist das was anderes. Weil da sieht man, da sieht man das ja, wenn Monster spawnen, weil die so groß ist. Aber in Wäldern, da sind so viele Bäume, da sieht man nicht, wenn da hinten zum Beispiel... Hab ich Knochen mitgenommen? Nein. Hast du Knochen mit? Äh, nö. Oh, Alter. Guck mal, was das für ein tiefes Loch ist. Oh, davon. Weil da nicht reinfallen wollt. Ja, weiter geht's. Alter ist ein cooler Wald. Ich hab aber... Bruno, ich muss kein Holz nehmen. Ich hab 27 Holzstippe von zu Hause mitgenommen. Jetzt kommt mal auf die Karte. Wir rennen wieder auf zu Hause drauf zu. Warte, Philipp. Hier. Ja, hier. Oh. Ach, es ist so schön, dass wir so Vival Gaming machen. Ja. Stimmt. Das kommt mir grad vor wie dieser Typ, der immer so eine Serie auf D-Max oder so macht. Der macht ja auch immer so. Der macht ja auch immer so. Ja. Und so Schlangen und sowas. Ja. Und dann mit Schlangen im Dschungeling nicht beißen und so. Ja. Oh, Mist. Ich hab Hunger. Warte mal kurz, kurzer Cut. Ja, Leute. Das war jetzt grad ein bisschen Fail, weil wir haben... Wir wussten nicht, dass wir gar nicht aufgenommen haben. Ja, aber es ist nicht viel passiert. Wir haben uns nur ein bisschen Pilzsuppe gecraftet. Wir haben vergessen die Werkbank vom Pilzbü, um wieder mitzunehmen. Oh. Ja, wir haben uns jetzt Pilzsuppe geholt. Von der Pilzkuh. Und ja, wir haben uns jetzt Boote gecraftet. Und das heißt, wir wollen jetzt einmal um die ganze Minecraft-Welt, also einmal den ganzen Rand der Minecraft-Welt. Ich hab' ich mal einmal mit. Ja, ich nehm' ein bisschen Wasser mit. Ja, ähm... Zur Sicherheit. Warte, Philipp, du kannst ja bleiben. Es reicht ja, wenn wir eine Werkbank haben. So, wo war jetzt diese blöde Werkbank? Die hab' ich doch irgendwo platziert. Oder hab' ich die jetzt ernsthaft nicht mehr? Ich hab... Ach so, ich hab' sie. Oh. Du hast zwei. Ja, okay. Oh man, dann bin ich jetzt ganz umsonst hierher gekommen. Ja, warte, Philipp. Aber dann crafte dir... Crafte uns beide bitte wieder ein Boot. Naja, was braucht ich denn da für das Boot? Da! Oh nein, du hast das... Warte, ich muss es machen. Ich hab' das Holz. Ah, du hast das auch. Hau jetzt an. So, reicht das? Zwei Mal. Nein, reicht nur für eins. Warte, ich geh auf dir mir selber. Okay. So. Warte, ich baue's ab. Mir wird die zwei... Mein Limentar ist mal wieder so viel voll. Komm, Philipp. Ey, wo... Diesmal... Diesmal müssen wir aufpassen, also... Wieso wird bald noch? Stimmt, damit... Ja, egal, egal. Dann legen wir einfach irgendwo am Ufer an und dann... Weiter geht's, weiter geht's. Ey, hier ist doch gleich das... Da sind wir doch kaputt! Da ist doch kaputt gegangen! Oh nein, 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 weg da, weg da! Oh! Ich bin da angehalten! Nein! Mann! Dieses Boot lässt sich so schwer steuern. Da lang! Da lang! Mann! Mist! Das geht nicht! Hier ist der Rand von der Welt! Ja, du... Hier kann man nicht langfahren! Warte, da müssen wir aber... Warte, da müssen wir am Rand der Welt lang gehen. Warte, ich hab' mein Boot abgebaut. Ich glaub' wir sollten noch mal unsere... Wette pausieren. Mann, jetzt... So vorsichtig... Ich hab' gesagt, langsam! Weiter, weg bitte von der Hölle. Das Eisen! Eisen? Hast du, ähm... Wie heißt das? Ja, ich hab' noch Spitzack. Zwei Eisen. Das reicht. Ey, wir warten, bis du... Mann, was ist das für'n Füllengebiet hier? Wir müssen... Wir müssen... Wir brauchen mehr Eisen damit... Noch so ne Eisenspitzhacke. Ja, wir finden ja auch noch, äh... Aber ich hab' zur Not auch ne... Ich hab' zwei Eisenspitzhaken und eine Diamantspitzhacke. Das wird reichen. Ah! So, jetzt gehen wir erst mal auf den Berg. Wow! Wie cool ist das denn? Hey, was ist das hier? Cool, hier können wir nun richtig... Gut, aber wir haben zu wenig...